halli hallo hier ist wieder euer darsteffen zu einer neuen aufnahmesession minecraft weil ich hab leider mit spiel school of jacks ein problem und musste einen ersatz finden und da dachte ich okay dann nehme ich halt mein kräft und ja dann habe ich halt mich entschieden mein kopf zu nehmen und ja machen stattdessen kurs werden mein kräft weil in erster fahrer hat mich packt da muss drei aufnahmen gemacht montag mittwoch freitag war in ordnung haben nur geruckelt wie sau dann wollte ich noch eine neuaufnahme versuchen ja für den arsch dann war in der einen quest ein bug und ich kam da nicht weiter so jetzt muss ich mir spontan überlegen ein anderes spiel zu nehmen und ja habe ich mir gedacht okay nehme ich einfach mein kräft weil ein anderes ist man nicht eingefallen ich hatte es für andere aber das habe ich keinen bock gehabt und ja dafür habe ich mich jetzt für mein kräft entschieden und mache halt mein kräft folgen ich hoffe es ist nicht so schlimm als kleiner ersatz und ja fange ich einfach ein bisschen an und baue einfach mal irgendwas gefällt ein dafür ist keine spezielle welt ich war einfach mal drauf los ich habe was rauskommt weil ich brauche dann nichts besonderes anfang ist jetzt nur vorübergehendes ersatz let's play ich habe nur gerade ein zombie schön schön ich hole mir jetzt mal ein bisschen steine dass ich mein werkzeug machen kann ich sehe jetzt sagen stein okay hier bin ich richtig ich brauche ja stein und nicht angesitzt oder sowas anderes ja hier bin ich mal ein bisschen steiner versuch einigermaßen ein gutes ersatz display zu machen ich hoffe es gefällt euch ich hoffe es gefällt euch oh man und wie ihr wisst ihr wollt wenn welche hälte grad ist wo ich aufnehme es ist äh um 10 ne dann sagt nacht um 10 und ja ich versuche jetzt hier noch schnell ein ersatz display aufzunehmen weil ich muss es ja noch bearbeiten da auch noch dazu und das war aber auch bearbeiten braucht ja auch zeit daher ist es das problem auch kommt auf der schaufel ist post x wir dürfen reichen so oder schwert da habe ich nicht brauche um die kiste ich habe es vergessen zu bauen die erste jetzt seht ihr mann ich brauche doch auch noch das ist ja genau auf bin ich gut so diese höhlengeräusche so ich habe noch ein bisschen stein hier ab dass ich hier was zu bauen kann dass ich mir das sichern kann hier dass ich aber selbst bin deshalb täglich alles finden hinten vorne an so dafür so so eine fackel safe gut was machen wir hier aber ab hierzu erst mal absichern dass ich selbst bin sonst habe ich ein riesen problem denn ich möchte hier nachts nicht von monster überfallen werden so ich höre hier irgendwo lava das ist das wasser und hier war ich jetzt schmeißen brauche ich noch weißt du wo noch ist jetzt aber dunkel so so ich muss jetzt einfach hell machen weil sonst kommen die zombies ich brauche ganz schnell holz noch zum glück ist es noch tag oh andy man habe ich nicht gesehen so ganz viel holz brauche ich jetzt noch schnell für das nacht wird dann habe ich auch erstmal gebiet etwas gesichert da werde ich mich auch da unten in dieser höhe einrichten die ist glaube ich perfekt gut das dürfte erreichen so ich muss auch bis ein bisschen eisen oder boah steine holen holz darf sich einfach genug haben heute habe ich auf jeden fall genug erst mal nur ich will mich erst mal ein bisschen safe äh ah nein nicht dich die kiste komme ich auch so ran noch sehr viel drinnen die hat war die hat war ich brauche dich nicht so so, Ofen wollte ich noch bauen, jetzt habe ich nicht mehr genug Steine, na klar ich brauche nämlich noch etwas Holzkohle so ich glaube so und so richtig, ne so und so, so und so, alles klar, gut, ganz schnell äh, da brauch ich noch ganz schnell Stigli Stigli Stigs, so, da kann ich noch schnell Fackeln machen, aber es beendet die folge erstmal ich bin schon an meine folgungszeit angekommen ich habe mich von dieser folge ich hoffe es hat euch spaß gemacht und wir sehen uns dann folge ersatz folge für school of dragons wieder hoffentlich mit viel spaß dass ihr wieder laune habt mit zu machen mit zu schauen besser gesagt und sage dann ciao und bis zum nächsten mal möge macht mit euch sein meine jungen padawane ciao und wie immer selbe stelle selbe welle euer darf steffen möge macht mit euch sein